Hallo zusammen, Aizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, ein Heilmittel aus dem Meer, anzunehmen bei Bruder Tervold in der Divagarde-Sund an dieser Position. Nehmt die Quest gleich mal an und darf mich hier ins Meer vergeben. Hier sieht man schon den Seetang, den ich looten darf, Affenseetang. Ganz leicht zu finden, wie ich finde. Falls euch das Video hilft, dürft ihr gerne einen Daumen hoch geben und oder mich abonnieren. Was auch euch hilft, ist, wenn ihr das Video teilt, weil je mehr Leute das Video und den Kanal können, umso wahrscheinlicher ist es eine zufriedenstellende Antwort zu bekommen, falls ihr mal eine Frage habt. Oder ein Problem, wie auch immer, je mehr Leute, umso mehr können helfen. So, das ist schon jetzt nochmal 6. 7. Und jetzt brauche ich nur noch 1. Ab zur Abgabe. Bin auch schon gleich da. Quest ist abzugeben, bei Bruder Tervold in der Divagarde-Sund an dieser Position. Kann auch ein bisschen hineinscrollen, dann erkennt man es besser. Hoffe sehr, ich konnte euch helfen. Ciao.